Servus Peter. Eva, ich habe schon gedacht, du kommst nicht mehr. Wenn ich dich frag, wo du das her hast, sagst du es dann jetzt. Wieso? Ist das so ungewöhnlich? Allerdings. 5,7 Millimeter, klein, aber hohe Durchschlagskraft. Sehr präzise. In Deutschland für Zivilpersonen verboten. Die Waffe hast nicht zufällig dazu. Nein. Mit dieser Waffe wurde schon mal jemand erschossen. Das BKA hat einen Treffer in seiner Tatmunitionssammlung. Du erinnerst dich vielleicht an den Fall vor zwei Jahren. Ein Araber wurde in der Maxvorstadt erschossen. Ein Raubmord. Ja, das war dieses Mitglied der Wirtschaftsdelegation. Ganz genau. Der wurde in der Tiefgarage erschossen. Genau. Hast du die Fallnummer? Ja. Das Ganze hat nicht zufällig mit dem Anschlag zu tun. Kann ich das Projektchen wieder haben? Selbstverständlich. und es ist nix im System. Es gibt nur das hier. Ich danke. Servus. Proacek ist zurück. Sammer einmal. Sammer einmal. Sammer einmal. Sammer einmal. Sammer orde.